ich sehe mich nach dem abgrund jetzt kannst du deine zeit besser verschwenden mit zehn neun acht sieben sechs mit jetzt kann ich ich kann es ich kann es ich kann es ich habe ich habe ich habe Oh, will you fucking fight that? You're never gonna make it, you're not good enough There's a million other people with the same stuff You really think you're different, and you must be kidding Think you're gonna hit it, but you just don't get it It's impossible, it's not probable You're irresponsible, too many obstacles You gotta stop it, yo, you gotta take it slow You can't be a pro, don't waste your time no more Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove I'm gonna make my move, I'm gonna make it soon And I'll do it cause it's what I wanna fucking do Cause all these opinions and all these positions They coming in millions, they blocking your vision But no, you can't listen, that shit is all fiction Cause you hold the power as long as you're trying to make it There's no way that you make it And maybe you could fake it But you're never gonna make it Or you just gonna take me Hallo Leute und damit herzlich willkommen zu einem neuen OMSI Livestream Ja So, ihr seht's jetzt da Ich hab etwas neues Denn ich könnte jetzt daher gehen Bildschirm Aufnahme, Bildschirmaufnahme Ja, okay Ich hab zwei Bildschirm jetzt Also Nice Ich hab jetzt zwei Anzeigen Natürlich Die eine Anzeige Die da Rennen jetzt über den Fernseher Richtig geil Also die Musik rennt da noch Ich kann da jetzt Also meine Maus ist jetzt in OBS drinnen Ich sitze es jetzt da ein bisschen da Ich bin in der Maus Und jetzt bin ich drin Ich wandere da so Zick zack Zick zack Zick zack Ich will gerne mehr Okay So Ihr könnt es jetzt eigentlich auch Voll miterleben So, dass du mal wieder weg Verwerfen Verwerfen Man könnte sagen Ja, ich mach das jetzt da so klein Dass ihr das mitbekommt Nein Ich geb das weg So Irgendwas sehe ich jetzt euren Livejet Immer mit am Start Denn ich hab jetzt dieses Modul Da jetzt das so angehaut Ich habe bereits mir ein neues Bild installiert Das nennt sich Transport Fever Fever Und das wäre Wieso ist das Bild dahinter Das ist Train Simulator Okay Aber warte, sollte ich werde noch OBS auch noch darüber schieben Dass ich das da auch ein bisschen miterleben kann Ja, das passt perfekt Da kann ich das sehen, was ihr seht Jetzt und meine Livejet Stream Ja, genau Das passt perfekt Ja Das ist ja Super Ja, und wir haben gesagt Wir spielen heute um sie Und wir fahren Was fahren wir Habt ihr eine Idee Was wir fahren Schaut schnell in die Kommentare Livejet So So Um sie braucht wieder seine 5000 Jahre Ist ja So Klar Wir können aber auch minecraft Falt mir gerade so ein So ein City Bild Hätte ich jetzt eigentlich voll Bock Am Nachmittag kommt noch mal an um sie stream Da bin ich aber wieder mit einem mit wieder eins ab plus unterwegs Ich glaube der ist sogar noch im wenn ich mich enttäuscht ist sogar noch in den in den in den in den in den in den ja den habe ich noch in der wieder beschreibung also wenn es bei ihm vorbei schauen möchtet er ist im info box der ist in der info box um sie zwei hat schon gestartet das ist so cool ist jetzt das was ihr seht und ja das das sehe ich jetzt nicht fahren wir fahren wir fahren wir fahren wir da wieder ja doch das was auch immer diese karte die letzte stand der karte lan letzter stand sie ich hab dich ja so lieb jetzt schmiert mir um sie ab oder super spielt doch nicht ab bitte laden der baden der laden der warten wir fahren wieder mit dem mercedes facelift also der kleine durch novi picari es ist eine kleine stadt kann man ich fahre die eigentlich nur weil man da richtig viel gas geben kann einmal richtig auf die tube drücken kann so bist so ein zuschauer schaut mir zu ok das sehe ich jetzt auch immer also warum nicht extra fragen das mache ich jetzt über hdmi wenn er wissen wie es wie das funktioniert kommt dann noch ein separates video in der das wollt wenn er das auch wissen will wie man das macht ich glaube dass man das sogar bei windows 10 am computer also wenn es da stand hast dann glaube ich das auch so funktioniert getestet habe ich das nicht ja unser live stream geht eigentlich relativ gut ich glaube der papi steht noch da steht auch nicht mehr da steht auch nicht mehr da der papi ich weiß nicht ob er gerade die spiele sounds hört ich vermisse ich würde heute und sie zurück ich finde es ist einfach so hammer So, ist das da? Nein, das ist so eine Abzweigung. Ich glaube, das ist immer schon vorbei. Ich bin nicht das enttäuscht. Nein, da vorne. Da vorne ist die... Oh ja, da vorne ist die Schöne da. Da vorne. Oh, ne. So. War wundervoll. Einmal kurz aus dem Fenster von uns herausgerutscht. Ja, das kann oft passieren, wenn man das halt vorhanden hat. Aber jetzt habe ich das nicht so gesehen, dass das jetzt ein Problem war. So, ein Fahrer steht schon da. So, wenn man Bus fahren kann, dann hat man da wie eine gesenkte Sau. Und ich kann es gerade kurz wieder mal nicht. So. Ich habe die Kopfhörer an, wenn da kein Ton rauskommt. Sag sie mir das, Leute. Nein, sag sie mal wieder nicht. Nice. Das hatte ich auch öffnen. Ah, ich bin wieder aus dem Fenster. So, wir fahren mit einem Werbung-Bus. Kann man das jetzt? Ne. Äh, warum geht nur die eine auf? Also geht nur die eine auf. Gut, jetzt sind beide wieder aufgegangen. Nice. So. Einfach mal eher mittig, weil sonst... ...haut uns wieder um. Aha, Kinderwagen. Ernsthaft, ist da wirklich ein Kinderwagen dabei? Oder drückt ihr nicht gerne dort? Schön. Da kommt die Sonne in den Bus hineingeleuchtet. ...haut uns wieder um. Ja, ja, ich fahre wirklich wie eine gesenkte Sau. Das war gerade wieder. Also mit mir wollte ich wahrscheinlich nicht mitfahren. So wie ich gerade jetzt fahre. So. Ja, 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 ja. Randstein. Ist mir schon klar. Hallo. Guten Tag. Guten Tag. Ist der Bus jetzt abgesenkt? Ja. Na ja. Na ja. Ach so. falsche Taste. Höchstverscheidig sehe ich jetzt. Eine Frage an euch, Leute. Wie... Ach so, bin ich drüber gekommen. Mein Bus ist eh so klein. Jetzt darf ich erst noch warten, bis diese Antoine noch rot wird. Ah, grün. Ähm, ist euch eigentlich die Video-Qualität jetzt besser geworden oder irgendwie schlechter geworden? Sagt's mir bitte. So, es war kurz grün. Der Abbieger. So, jetzt kommen wir zur Baustelle. Zur Baustelle kommen wir jetzt. Zur nettesten Baustelle, die was ich mag. Oh ja, grün ist. Kommt's. Gibt's Gas. Grün, ich will nicht. Ich will nicht stehen bleiben. Der Ampel macht mir immer verspätet. Ja, fahr mal wie eine Umi. Unsere 20 kmh. Umi, gib Gas da vorne. Und dann gibst du wieder Saugas, gell? Deutschland. Deutschland. Ich höre, dass die Deutschen geben immer Gas. Die bremst was zahm. Die bremst... Was zahm. Muss ich kurz langsamer fahren. Sonst rahm ich die... Leute, die was da stehen, weil das ist richtig eng hier. Dann kann ich hier wieder... Kommt, lass mich kurz da rein. Die Haltestelle. So. Ich setze die Busche wieder abfahren. Hallo. 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 Also da muss ich oben bleiben. Alles klar. Gut zu wissen. Das habe ich nicht geschaut. Ups. Ich weiß mal, man sollte gucken. So. Die drücken ja immer mit den Kinderwagen. Und da muss ich ja immer absinken. Und da muss ich ja immer absinken. So. Und dann kommen wir da kurz zu. Und der ist halt dreimal so groß. Der ist ja... Der muss ja genau... Ich will da irgendwo dastehen. Also... Ich bin so... Ich bin so... Ich bin so... Ich bin so... Keiner. Dann fahren wir wieder raus. Ich weiß mal, man sollte... Es sollte 50 fahren. Ich glaube, hier eine Botschaft. So. Dann halten wir das ein. 50. Und es ist keine Angabe. Wenn wir da... Dann... Heißt, dass wir uns... Wir können Gas geben. 60. Ich war doch keine 60 hier. Fahre mal 70. Ich weiß nicht, ob ich verfolgen oder Verspätung habe. Keine Ahnung. Okay, da hat er schon ein bisschen recht. Weil die Kurve ist schon ein bisschen härter. Sonst haben wir die anderen Autofahrer. Da gebe ich immer mit dem Busk aus. So. Da hätte ich eigentlich auch eine Bushaltestelle gemacht, für die Leute, die was da einsteigen wollen. Aber da fährt einfach der Bus einfach durch. Keine Ahnung, warum. So. Okay, war mal relativ gut unterwegs, aber jetzt müssen wir sie dafür wieder ändern, denn wir fahren nach... ... ...würden Tag. Hallo. Hallo. Guten Tag. 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 Ja, ja. Steigt sein, denn wir fahren wieder los. Sonst muss ich auf, Alter. Ahn. Ah, jetzt kommt unten einer. wahrscheinlich kommen jetzt oben wieder einer jetzt kommt wahrscheinlich unten wieder einer das war ich aus ich habe nichts getan das war die welt warum das immer in der welt ist und mich ihm unterschlagt nächste station könnte es auch steigen muss erstmals meine rolle ein bisschen untergeben das bledet mich die ganze zeit ich lasse ich einfach in der wirtschaft aussteigen fisch gehabt gehabt aussteigen wenn sie mit mir mitfahren wollt dann habt ihr pech gehabt aussteigen alle mit der hand dann fahren wir weiter ohne fahrgäste an bord weil alle aussteigen wollten nur weil die welt so wie kaktis was haben wir da überhaupt denn stehren muss denn da steht mir an der stelle ich jetzt aussteigen sollen mitten im welt so eine echt schöne fahrt finde ich ohne fahrgästen die was dich nervt tjei neue wird so 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 Hallo Guten Tag Guten Tag Die ups ich habe die station verpasst ups leute ich habe die station verpasst wollte jetzt ernsthaft alle darüber klettern hatte ich singte für den bus ab hallo guten tag tschuldige dass er laufen muss jetzt erst mal kurz stehen war relativ langsam wer ist jetzt richtig knapp da bei mir in der auto noch so wenn das auto noch kompiz noch knapper da geht es aber es ist schon knapp schon enger als die andere straße bin ich die die kreuzung finde ich auch irgendwie verlustig kommt jemand was jetzt einmal sagt er ist da vorfahren dann darf ich nicht verfahren was ist das als hätte ich es schon gewusst das rote ist grün mein blinker kurz es wird bei mir wieder rot sagst du wir haben die bands waren sind das immer die was eigentlich langsam fahren und dann gibt es vollgas na komm gib gas genau so wie ich war auch ein band setzte jetzt gebe ich gas da hat schon jemand mit einer wahl wieder druck das ist gewohnt wie in der wahl alleine gestiegen oder holstuhlfahrer gibt es überhaupt im umsehen kobe eher weniger die bremsen das zahm wahrscheinlich bremse wird die anderen was zahm glaube war ich hin das war noch orange oder ja gewonnen bei lotto hier entschuldigung wenn ich falsch fahr ich hätte der falsch abwogen ich hätte gerade gehört ein busfahrer darf sich ja auch einmal irgendwas stören oder darf das nicht passieren da habe ich noch die eine so jetzt ist die auch wieder eingestiegen geht zurück dankeschön so jetzt müssen wir kurz schauen ob der dann kommt dann kommt keiner bleib steh sonst nimmel die mit mit mein hinterteil der bus ist eigentlich vor ich möchte so sie ist der bus voll mein wie mein mein wie geht es dir like und abo ist da dankeschön für dein abo ich bedanke mich voll herzlich bei dir ist du siehst dich gerade selber hier drinnen das muss ich schließen oder keine ahnung ob das jetzt selber schließt aber ich bedanke mich für dein abo game in zentrale ich soll das jetzt klappen wenn ich das jetzt anzeige anzeige schließen so so sie auch wieder auf auf dem bild drücken so ich weiß eh warum das sitzt da als spiel war weil ich als abo das wort hinzugefügt hat was man nicht schreiben darf die meldung sollte gleich weg gehen bei wenigstin ich habe auf youtube abo als spiel wort hinzugefügt und deswegen funktioniert es dann auch nicht so ganz genau weil in youtube kannst du es einfügen welche wörter nicht im chat vor können dürfen so gesagt wie night spots das auch nicht kann kann was ich auch immer ich bin kurz und kurz noch mal auf steam eingereiht ok weil ich hätte irgendwie ich wollte schon die ganze zeit transport zocken aber ich muss den immer kurz warten bis das installiert worden ist fahr mal die fahrt noch fertig und dann gehen wir auf transport wenn sie wollt so dann gehen wir mal wieder gas so jetzt muss ich da wieder aufpassen weil er wieder seine stelle ist wo man boss wieder sagt ups du fliegt dorthin ich habe jetzt auf das wollte ich nicht da war die stelle ok die drücken meistens immer auf die kinderwagen kommt abstehen hat keiner gesehen zum glück ist nichts kommen weil ich habe der mensch alles an das sobald einer du eine antwort startest bittes spiel das ist angehört und so doch wenn du mir nein bei mir war das jetzt gerade nicht so es ist mein stream ist ihm ich habe das ganze zeit laufen lassen ich habe um sie gestartet und das funktioniert eingereiht oder jetzt bin ich selber geblüfft wirklich was sind das für ein schnurren jetzt warte ich da fast eine stunde schon drauf weil letztens auf letztens auf meinen älteren computer da ist es gegangen dass ich streamen also um sie stocken konnte und ein anderes spiel installieren konnte so jetzt gucke ich noch mal weil wir haben der e-rot so jetzt muss ich kurz wieder auf werden zu gucken ich lasse das jetzt das fenster 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 wenn es die aufnahme ja genau das ist unser countdown so maus wieder zu mein haupt so unser countdown das geht aber schon lange nicht mehr glaube ich oh ja jetzt jetzt geht es wieder jetzt haben wir das oben im links im stream so habe ich es geschafft so wir haben grün so so ich glaube das ist schon die vorletzte haltestelle so da la ich wollte nicht den bus absenken so ich so aktiv und wenn er es wieder los das ist so blöd wahrscheinlich bin ich schon auf der wiese ja da habe ich wieder gedrückt ich glaube das ist jetzt die letzte station dass man anfahren war hier ist die schwarz bei missi grau so Also verfahren kann ich mich das sicher nicht, das sage ich euch gleich, denn die Map ist nicht zu groß, da vorne ist eh schon die Institutionen. So 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 dann steckt da alle aus stecken gibt es mal hart zu früh okay warum fünf minuten mein kopf erstmal einmal richtig schön umdrehen aber gedehnt noch mal denen das tut gut denen 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 die so dann schieben wir unseren bus jetzt mal zurück waren blinker gehört und ich sehe mal wieder nichts mein hund gibt gas ihr habt es gehört aus aus platz wir nehmen uns jetzt unseren cedar denn was wir noch haben so sollte jetzt nicht die leute niederfahren meine gute idee die geld hin und her oder wie ehrlich bin ich da bin ich fertig wieder weit zurück waren blinker habe ich auch gleich ausgeschalten so das platz ist stelle ich mich jetzt so hin sollte jetzt auch alles ausschalten einmal aussteigen so die teile sich offen und ja so 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 Ich habe so viele Busse, das ist ja Wahnsinn, wo finde ich jetzt ein Citro Citro Das ist ja dann nichts Dann ist er das, ja Dann muss das ja sein So Dann, 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 dann Laden, Vorgang, bitte warten Hab aufa, hab aufa doch Dave, Davey, du Dann, 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 dann Dann, 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 dann so wir haben sie immer 50 prozent hinter uns endlich nur weil ich da gestreamt und danach so jetzt habt ihr eigentlich meine maus doppelt am bild mal so was habt ihr bock ich hätte den simulatoren auch zur verfügung um sie 23 oder 16 ich hab's jetzt in der live chat was so gerne jetzt mit mir was ich zocken soll ich euch ok die um sie um sie um sie um sie zwei um sie zwei wir könnten auch train sim mach mal train sim das muss ich kurz mal angucken so funktioniert ein baum frei ist jetzt noch meine maus da herum blattern aber es muss ich kurz wieder in den modus zurück warum ist es so klein also meines aufnahmen gehen über 27 ph 60 hd aufnahme hd 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 h mein ts schmiert wieder mal ab mein ts schmiert mal wieder mal ab denn fensteraufnahme das sollte ja genau das sollte nicht das steam sein dass das das passiert jetzt aber entscheidend ist so und jetzt sollte wieder das richtige der fans ob es bitte so dass es darum ob es so lange dauert es noch die bildschirmaufnahme die aktiviert die falsche die falsche aufnahme anzeige 0 dieser nichts war es soll nicht die es sein so 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 wieso kann ich ihr da jetzt nicht ich habe eine Idee was mit Zocken so und so wir spielen fort north it's a kind of fortnite it's a kind of fortnite it's a kind of fortnite it's a fortnite it's a kind of fortnite wir spielen jetzt war immer wieder mal bei games wieder ab gemeldet wieso seht ihr da nichts was er hat ja nah ist wahrscheinlich durchsätze überlappen so jetzt sieht sie wieder was jetzt habe ich wieder anmeldung will also warum fehlgeschlagen welche was wir spiele spielst du denn noch so fragt mich der gaming zentrale welche spiele ich sonst noch zog fortneid haben sie bald transfer paper als endlich installiertes wir haben noch 13 minuten und trend similator ja auf ich weiß nicht ob ich das elgato kaufen soll nein das ist nicht egal das ist das aufnehmen programm für konsolen denn ich hätte noch eine x60 und ja und das ist auch ein bisschen mehr zocken und ich habe da was gehört dass man das irgendwie machen kann ich habe das ausprobiert nein es funktioniert nicht und die so zu sagen ja nicht viele richtig viel games also hier so wie ich jetzt mal hat auf games und mein freundner will er wieder ja wie gesagt fortneid mag mich mal wieder sehr das ist mir jetzt wurscht aber das passwort ist man nicht wurscht ja fortneid ja und nicht vergessen minecraft minecraft zock ich auch so oft also nicht oft aber regelmäßig apropos ja happy games hat mich mal so lieb die die empfehlen soll lieben wieso was ist dann spielen wir einfach manche dann muss ich das wieder einstellen dass es wieder funktioniert es will ich jetzt nicht einfach dauernd machen so hat er gemacht store 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 minecraft minecraft mini natürlich ich habe die java version genauso aber die spiele ich nur eigentlich mit mods und ich möchte meinen film wieder erweitern dazu will ich jetzt auch noch dazu etwas sagen dazu will ich auch noch etwas sagen nämlich ihr könnt es gerne bei einem neuen vorbeigucken wer der room ist man kann den film beitreten doch windows 10 also magisch minecraft windows 10 die version oder auf dem handy beziehungsweise tablet und sogar auf der konsole der xbox also ja das fenster gibt ich erst mal ein weg das war ein bisschen kleiner und gibt es darauf so wie könnten jetzt an meinen film was ist wie meine room kemik da abgerufen ja endlich also da könnte gerne mal vorbeigucken es ist noch also noch in der beta version also wir arbeiten daran in den filmen es gibt dann also ich weiß nicht wie man sich vergrößern kann ich schaue nach wegen einen server aber die map wird als server erstellt sagen wir so denn die map hat alles was ein server braucht es ist halt ein roleplay server bald es ist jetzt nur ein minigameserver aber es ist schon so game und möglicher wird noch die aktiviert aber derzeit sollte es jetzt dann heißt es game mode 1 also es ist egal so minigames werden noch errichtet das weiß ich nicht was das gemacht worden ist also hier ist jetzt schon ein paar futures und ich bitte wahrscheinlich bitte weiter bauen das habe ich immer so an auch am smartphone bin ich dumm oder bin ich dumm du wurdest zu 31.00 169 00 23 uhr und 50 minuten teleportiert elytra speaker mf3 wurde zu 31.00 169 00 23.50 teleportiert auf den smartphone hat sich viel schöner an keine ahnung warum so also ihr könnt wieder zurück marschieren durch den hub da aber so so gehen wir mal fliegen wir da mal in die schöne heute ist wenigstens klar zum fliegen am smartphone habe ich da irgendwas umgestellt guter landung hinter mir so da müsste dann durchgehen gelehrt ok so das habe ich auch noch dekoriert das ist ein bisschen schöner ausschaut schaut schaut auch schöner aus natürlich da können sie nicht denn weil es auch ein anderes mini game ist aber ist auch schon fertig das kann ich euch auch noch gleich zeigen da sollte ich auch noch ein bisschen was dekorieren also das deko habe ich jetzt alles dann schluss gab da habt ihr wieder lobby und da steht halt da überall lobby lobby gibt es mal ich gibt es mal erstmals weg also so bin ich glaube wenn ich das untergebt und sieht ja auch das was ich sehe so dann spontan wieder hier keine ahnung wie er das gemacht hat wirklich natürlich sky wars wird es wahrscheinlich nicht geben aber fern erinnern das gibt schon achtung bitte zeit lassen nicht gleich starten ich bin player 2 dann nehmen wir mal ein sattel ja dann müsste man dann den sattel da drauf geben und dann sollte man dann um die wetter rennen mit dem pferd so bei mir springt er hat das pferd nicht so richtig so dann wisst es oh ja ich habe gewonnen da steht da bitte hier das pferd nicht einfach an und warten bis es stirbt so fertig auch ein gegenstand das hat dann ist wahrscheinlich ich habe mir noch überall warum diese natürlich das ist das ist das ich hatte eben was lustig aus muss ihn dann was zu tun denn das licht fehlt ja das war ein heiß mit willst genau so machen wir es dann haben wir einfach da die da rein bei nacht so bei nacht so bei nacht schön ausgucken ja das schaut gut aus oh ja das schaut richtig gut aus das schaut gut aus ja natürlich da das gleiche machen als vier das geht das man da die mit an da haben wir so so baum was da war man das gleiche nur zock 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 und dann war man das so dass da so dran natürlich das ganze das ganze wald habe ich das mit dem enigma das war mühsam was ich euch zugeben das war richtig mühsam aber wenn man dann da unten ist schaut das alles voll schön aus ja ich finde das ist schön dann müssen wir noch ein bisserl gras hin bauen da müssen wir noch ein bisserl hin bauen so dass es dann auch da schön aussieht dass du nicht so die ausschaut natürlich so das ist alles mit barrieren also wenn ihr wirklich da könnt ihr nicht abhauen also könnt natürlich also wenn jetzt da wirklich da so ist so wie gehe ich da nicht das schaffen sollte jetzt könnte es nicht wir haben das glaube ich schon einmal ausprobiert und man da wirklich kommt ich weiß nicht ob das dann geht ja okay okay aber jetzt da war das haben wir nicht teleport ja das teleporten geht aber sonst weiter soll es nicht ja aber noch ein bisserl bisserl die landschaft mit gras bewachsen schaut auch dann gut aus das habe ich ja total nicht gemacht aber dann dass wir noch da bisserl noch das sieht man ja ein kleiner wald da noch weil man dann daher pflegt ja das schaut gut aus da noch weil das immer ja die barriere nicht bei jahren sieht man ja nicht da ein bisschen noch sollte ja nicht so und so dreckig ausschauen das ist so 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 ich glaube weil ich habe schon vorher aus dann sollte ich das jetzt auch wieder ändern das wieder ist wegen mein weil ich habe den workshop schon ein bisschen was getan ich glaube dass das jetzt ja das wird jetzt dauern aber das dauert ja nicht so noch sollte gleich auch wieder fertig sein weil der balken ist relativ weit schon möchte ich sehe 21 sekunden aber ich zeige noch ein bisschen minecraft weiter so minecraft spiel was vielleicht cool wer ist ein shader es ist noch nicht richtig viel weiter gegangen aber ein bisschen steampon ist fertig so gut dann gehen wir jetzt gleich sofort muss ich noch etwas erledigen und dann sehen wir uns in einer neuen stream okay tut mir leid jetzt aber was meinst du damit so keine ahnung was der damit meint ich muss noch etwas erledigen so das machen wir auch ein bisschen mit krass das ist weg tun ich weiß ich bin ein bisschen kompliziert also bin ich ja eh immer ja denn jetzt gehen wir mit kies hammerkies kies ja